Haha, ich höre was von diesem Zeug. Das war dein kein Ausflug hier. Das ist mir schlecht ist, Hendrik. Ist es was hochgekommen? Wie ist es hochgekommen? Ich konnte gerade noch atmen. Das war alles auf den Tisch gekostet. Ja, ich hab mich ja nur gewartet, ich hab mich noch nicht mehr gucken. Ich muss nicht mal lachen. Aber... Ich hab gesagt, die Toilette ist da vorne und ich... Ich hab von stehen sehen bei dir fast nicht. Also, wenn wir noch weiter lachen, dann müssen wir gleich wieder grünen. Oh, hell. Oh, Gott. Ja, ich hab eben bald... ...auf dem Tisch gekotzt. Oh, Gott. Das war wirklich... Das war aber 100 Minuten. Ich hab nur gesehen, wie du auf angerufen wurdest. Ich weiß gar nicht, warum dieser Shake wieder auf kam. Weil ich mir den Magen überfüllt. Glaub ich ja. Was hast du eigentlich in der Küche in diesem Ort? Ne, das ist nur... Ich schlupfe mir das Make-up immer. Ich schlupfe mir ab. Und wie ich sag, ist das immer wegzuschmeißen. Das ist kein Schnupftuch. Das sieht auch nicht nach Schlupfen aus. Das wäre sehr dunkler Schnupfen. Das ist doch Make-up. Und wir gehen zurück. Am weg ist eigentlich alles? Ich auch. Ich auch. Ja, ne? Aha. Oh, Gott. Ich bin ja auch so. Ich bin fertig glänzend. Ich bin ja auch so glänzend. Dünnstatt brechst du mich auch schon lebt? Ja, ey, ja. So, was? Was, wenn wir eigentlich nicht auf die Dünne geschenkt werden. Ich war mir gleich verlangert in der Hose, wenn es aufhört jetzt. Vielleicht mal verdrugen. Das ist doch nicht wahnsinnig. Von der Zwischenzeit hat sich gar nicht angesehen. Ich bin mal erschrickt, ich bin schon mal ein bisschen in die Luftführung. Ich könnte so einfach nur mal besuchen oder husten. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit jetzt im Dach gefilmt. Oder auch im Dach. Aber wir haben irgendwie 60. Hast du deine Spielzeuge? Ja, habe ich. Mal gucken, ob ihr sagt, es angeht. Ehh ... Ehh, oh! Ehh, oh! Ah, oh! Ah, oh, oh! Ich fühle dich umgehebbar! Ich war frustrierend, dass er nicht mehr weck'n und jetzt auch noch etwas Besuchung kommt. Okay ... Henrik! Nein, er hat ... ja, er hat ... Wie ist man aufgelachen, Micky? Oh, Mann! Ich glaube, ich werde es nicht mehr einkriegen. Wie ist es bei euch? Ja, bei uns auch. Wir beschwessen, dass wir zu viel lachen. Wir rühren uns jetzt. Wir rühren. Wir konnten auch krass nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Nee, wir sind noch am Auto fahren. Wir wollen gleich Stunden fahren. Aber jetzt muss man erst was essen, und jetzt werden wir gleich die Buche in dem Wasser schwimmen.